Noch im Sommer tritt Ralf Ralle Ender als Fernsehgärtner in der Vox-Show Ab ins Beet auf. Nun geben der Sender und die Verantwortlichen für die Sendung bekannt, dass er überraschend gestorben ist. Der Beet-Bruder wurde nur 63 Jahre alt. Zuletzt war Ralle im Frühjahr und im Sommer in der aktuellen Staffel von Ab ins Beet zu sehen. Fans kennen den Hobbygärtner und seine langjährige Frau Conny außerdem aus Vox-Sendungen wie Einmal Camping, Immer Camping, Ab in die Ruine und die Superchefs. Entsprechend groß ist auch die Bestürzung über den plötzlichen Tod Enders. So würdigt der Facebook-Post des Formats Ab ins Beet Ender, er war ein wunderbarer Mensch und wird immer in unseren Gedanken und Herzen weiterleben. Die Nachricht von Ralf Enders Tod löste eine Welle der Trauer und Anteilnahme in den sozialen Medien aus. Tausende von Fans drückten in Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag ihre tief empfundene Trauer aus. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Möge er in Frieden ruhen. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank!